Toxische Beziehungen gibt es auf jeden Fall. Toxische Beziehungen sind zerstörerisch, sie führen dazu, dass du dich selber so krass in Frage stellst, dass du dir immer wieder die Schuld gibst und das ist ein absolutes Gefängnis. Aber da kommst du nicht raus, indem du dich von dem in Anführungsstrichen toxischen Partner trennst, sondern indem du dich von den toxischen Glaubenssätzen trennst, die dich in deinem Leben begleiten. Hast du Tipps, wenn gerade Frauen versuchen, dem Mann ein bisschen bewusster zu machen, dass auch von der anderen Seite ein bisschen mehr Engagement kommen soll? Eine der krassesten Blockaden in Partnerschaft sind so die Vorwürfe zwischen Männern und Frauen. Ich habe meinen Wert damals dadurch definiert. Ich habe meinen Wert durch Geben definiert. Immer Ja sagen, dann werde ich gesehen. Das ist so ein wichtiges Learning ja für alle. Es gibt bedingungslose Liebe und du wirst auch geliebt, wenn du nichts tust. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grow Beyond. Heute erwartet dich eine sehr fesselnde Diskussion über das Thema Beziehungen, Liebe und Sex mit dem Beziehungscoach Christian Roos. Wir werden nicht nur in die Tiefe romantischer Beziehungen eintauchen, sondern auch das befreiende und bereichernde Loslassen genauer betrachten. Die Diskussion wird deine Perspektive etwas herausfordern, Neugewecken und uns dazu bringen, eigene Beziehungen, sei es zu anderen Menschen oder zu uns selbst, genauer zu betrachten. Ich hoffe, du bist bereit für eine Achterbahn der Gefühle, denn diese Diskussion könnte dein Denken über Liebe und Beziehungen für immer verändern. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Christian, schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr auf die heutige Folge. Ich habe eine Menge Fragen vorbereitet, aber erstmal, wie geht es dir? Vielen Dank. Wenn ich Christian genannt werde, dann wird es immer ernst. Normalerweise nennen die Menschen mich Chris, aber Tanja nennt mich auch manchmal Christian, dann weiß ich, es wird ernst. Also du hast viele Fragen mitgebracht. Sehr gut. Es wird sehr ernst. Zu Beginn möchte ich dir eine Frage stellen, die sehr wichtig ist, finde ich, denn wir lernen in den allerersten Jahren unseres Lebens, dass Liebe etwas ganz Besonderes ist und vor allem auch was Wichtiges, was jeder braucht. Und ich würde gerne mal von dir wissen wollen, was ist Liebe genau und wie hast du es für dich selbst definiert? Wow, du fängst mit der leichtesten Frage an. Also ich würde tatsächlich für mich persönlich erstmal sagen, Liebe ist wirklich meine größte Mission in meinem Leben und ich habe vier Kinder und ich bin jetzt mit meiner Frau, mit Tanja, seit 13 Jahren zusammen. Wir haben unsere Eheringe tätowiert, weil für uns Liebe und bedingungslose Liebe ist ein ganz wichtiges Element, dass wir auch im spirituellen Sinn, ich glaube da dran. Ich glaube an bedingungslose Liebe, das vielleicht mal als erstes. Und wir verwechseln aber Liebe ganz oft mit Nähe und wir verwechseln Liebe mit Gefühlen und das ist vielleicht erstmal das Wichtigste, Liebe ist kein Gefühl. Und das ist ja das, was Hollywood uns auch so verkauft, dass Liebe ein Gefühl ist und wir die ganze Zeit uns dann fragen, dann wird es ja auch stressig, wieso fühle ich das Gefühl von Liebe eigentlich nicht, wenn ich doch in einer Partnerschaft bin, wo ich mich eigentlich wohlfühle. Und in Liebe können ganz viele Gefühle Platz finden. Also wenn ich an meine Frau denke und dir dankbar bin, für was wir gemeinsam erschaffen. Manchmal bin ich aber auch wütend, weil wir einen Vorwurf haben. Manchmal bin ich traurig, weil ich irgendein Bedürfnis nicht erfüllt bekomme. All das kann ja Liebe sein. Und Liebe ist dann, gemeinsam zu wachsen und Liebe ist eben diese Kraft, die uns antreibt, weiter zusammen zu sein, zu wachsen, miteinander auch Konflikte auszutragen, weil sonst würde man ja einfach sagen, wir lassen los. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, es wird uns ja immer verkörpert, dass man dieses Kribbeln braucht, man braucht diesen Spark. Aber wann weiß man, dass der Gegenüber wirklich tief liebt und man selber auch? Verliebt sein hilft natürlich total. Also wenn man am Anfang mal verliebt war, das würde ich sagen, ist ein Gefühlszustand. Das ist so ein Hormon-Cocktail, der einen ja irgendwie total blind und total auswechselt. Das ist ja wie so ein Ausnahmezustand. Und das Verliebtsein hilft natürlich, sich einzureden, okay, das ist der Richtige. Aber zu lieben fängt dann an, wenn die Verliebtheitsphase eigentlich zu Ende ist. Wenn du den ersten Konflikt hattest und dann überlegst, ist es mir der Mensch jetzt wert, diesen Konflikt auszutragen und zusammenzubleiben? Oder gehe ich einfach? Und das ist dann der Moment, wo du dich entscheidest zu lieben. Das heißt, Liebe ist dann eigentlich eine Entscheidung, die du triffst. Das ist ja auch so, das habe ich ja auch gemerkt, wenn man selber das Gefühl hat, es ist auch so Zeitverschwendung, das auszudiskutieren, dann ist es einem ja nicht wert. Aber wenn man es macht und wenn man daran glaubt, dann steckt ja dahinter Liebe, ganz egal, ob das Gefühl jetzt auch vielleicht da ist oder noch nicht. Und um mal einen zweiten Begriff reinzubringen, also eine Unterscheidung zwischen Liebe und Nähe finde ich total wichtig. Du hast ja gerade gefragt, wann fühlt man sich geliebt? Und man fühlt sich ja dann geliebt, wenn Dinge getan werden in der Partnerschaft, die für einen Selbstausdruck von Liebe, Wertschätzung gesehen werden ist. Und deshalb ist es so wichtig zu sagen, wie möchtest du geliebt werden? Es gibt ja diesen Klassiker, fünf Sprachen der Liebe. Meine Freundin, ich sage mal, wir sprechen eigentlich alle Sprachen. Also ich möchte Geschenke bekommen und ich möchte Komplimente bekommen. Ich möchte Zeit und Service. Also ich möchte eigentlich all diese fünf Sprachen in meiner Partnerschaft leben. Und es ist eben wichtig, in der Partnerschaft darüber zu reden, was ist für dich Ausdruck von Liebe? Wie möchtest du Liebe erfahren? Wie möchtet ihr einander nah sein? Was möchtet ihr füreinander miteinander tun? Was sind für dich so die zwei obersten Themen? Richtig klassisch, ich stehe auf Komplimente. Ja, bin ich total anfällig für. Weiß Tanja auch. Tanja liebt Geschenke, also materielle Geschenke, auch ein Klassiker. Aber natürlich geht es um mehr. Ja, also wenn man auf einer emotionalen Ebene spricht, ist es mir auch wichtig, dass sie mich versteht. Dass sie weiß, was mich bewegt, was mich antreibt, was meine Ängste sind, weil man sich so gut kennt, eben miteinander wachsen kann. Und manchmal ist sie mir da auch einfach einen Schritt voraus. Wenn ich noch überlege, warum habe ich eigentlich gerade schlechte Laune, dann kann Tanja das einfach schon super spotten und sagen, ist doch offensichtlich, es liegt an XY. Und das finde ich in der Partnerschaft schön, dass man sich wie gegenseitig coacht oder gegenseitig einfach ein Spiegel ist. Also du brauchst ja, um dich selbst zu erfahren, um dich selbst kennenzulernen, brauchst du ein Gegenüber. Egal, ob das in der Beziehung ist oder ob das Freunde sind, Arbeitskollegen, deine Kinder, Menschen in deiner Welt, die dich spiegeln. Sonst kannst du dich nicht selber erfahren. Und das finde ich das Schöne an Beziehungen generell, dass du Menschen hast, mit denen du dich erleben, erfahren kannst und neu entwickeln kannst. Ich habe letztens ein Video gesehen, da wurde was gesagt und zwar, dass wir im Leben eher nach einem Fireplace suchen sollten, anstatt nach einem Firecracker. Kannst du das unterschreiben? Ich bin für beides. Du bist für beides? Oh, das musst du dir jetzt erklären. Also wenn du so entweder oder Fragen hast, finde ich immer, warum nicht eigentlich beides? Unsere Kinder haben das schon voll intuitiv mittlerweile, sagen dann immer beides. Wenn du die fragst, möchtest du lieber ein Schokoeis oder möchtest du lieber eine Waffel? Dann möchten sie eigentlich beides. Und das ist ja so die höchste Kunst, Lust und Liebe zu verbinden. Also dass du sagst, du möchtest in einer dauerhaften Beziehung sein, wo du die Sicherheit hast, wo du Geborgenheit findest, Stabilität. Und gleichzeitig möchtest du in dieser Partnerschaft aber auch Werte leben wie Abenteuer, wie Lust, wie Freude, wie Spontanität, Risikobereitschaft. Und das ist für mich eine erfüllte Beziehung, wo diese beiden Elemente Platz finden. Und das ist ein bisschen ein Tanz, weil manches schließt sich ja auch aus. Also wenn du das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in einer Partnerschaft haben willst, aber, und um das Thema jetzt gleich mal am Anfang zu droppen, trotzdem leidenschaftlichen Sex haben willst, dann schließt sich das vermeintlich aus. Und es gibt aber einen Weg, wie du das miteinander verbinden kannst, dass du sozusagen den Fireplace hast, aber auch den Firecracker. Wie kommt man dazu, dass man dahingehend ein gutes Sexleben entwickelt, wenn man gar nicht so richtig weiß, warum es so wichtig ist und es einfach nur macht? Also voll viele haben ja das Gefühl, es gehört dazu, man muss es einfach machen. Wie findet man so ein bisschen mehr die Bedeutung dahinter, wie wichtig es überhaupt ist? Boah, schrecklich. Also ich hatte tatsächlich auch eine Klientin, die es ähnlich gesagt hat wie du. Das gehört dazu und es muss man machen. Und wenn man in dem Glaubenssatz von Sex gehört dazu und ich muss es machen, dann ist es ja ein Zwang, den man da irgendwie erfüllen muss. Man lebt da ja wie im Gefängnis. Man wird ja niemals freudvoll Sexualität leben können, wenn man mit diesem Glaubenssatz lebt und aufgewachsen ist. Und da ist dann die spannende Frage, woher kommt der? Also ist das etwas, was du in deiner Kindheit geschlussfolgert hast bei deinen Eltern? Ist das etwas, was kulturell geprägt ist, was es auf jeden Fall ist? Und wo wir ja dank der Emanzipation einfach hingekommen sind, Sexualität neu zu definieren, wie du es leben möchtest. Und das ist natürlich wichtig, darüber zu sprechen. Und erfüllte Sexualität ist für mich aber auch total wichtig. Also wenn man über Liebe spricht, dann hat natürlich Liebe eine geistige Dimension, eine spirituelle, aber auch eine körperliche. Und man kann Liebe eben auf verschiedenen Ebenen ausdrücken. Hast du ein paar Ansätze, damit man oder die Zuhörer, die das Problem haben, den Glaubenssatz verändern können? Einfach mal, um darüber ein bisschen tiefer nachzudenken. Ich glaube, das Wichtigste immer ist, sich darüber bewusst zu werden, dass man diesen Glaubenssatz hat. Weil das führt dazu, dass der Glaubenssatz einen nicht mehr lebt. In dem Moment, wo du bewusst darüber bist, wow, okay, ich denke eigentlich, Sex gehört dazu und ich muss Sexualität zur Verfügung stellen. Das ist normalerweise wie eine tiefe Wahrheit, die du gar nicht wahrnimmst. Wie das Wasser im Ozean, dass der Fisch gar nicht wahrnimmt, weil es viel normal ist. Aber in dem Moment, wo du das bewusst machst, in dem Moment hast du wieder Einfluss drauf und kannst es verändern, weil dein Geist einfach so machtvoll ist, zu sagen, okay, ich sehe, das ist irrational, natürlich ist das kein Gefängnis, was so sein muss und da kannst du dich rausbewegen. Und dann kannst du natürlich für dich fragen, okay, was gefällt dir eigentlich körperlich? Also welche Berührung oder welches Setting gefällt dir, sodass du dich verführt fühlst, attraktiv fühlst? Und Sexualität beginnt morgens auch mit der Frage, hast du den Müll runtergebracht? Weil Sexualität auch viel damit zu tun hat, wirst du gewertschätzt, wirst du gesehen, werden deine Bedingungen sonst erfüllt? Seid ihr einander wichtig? Intimität ist, würde ich sagen, immer die Basis und der Schlüssel für eine gute Sexualität. Ich glaube, viele, was ich gelesen habe, was ich aus Erfahrung mitbekommen habe, erwarten ja so eine tiefe Connection, um alle Bereiche auch ordentlich zu erfüllen, egal ob Kommunikation, Sexleben, was auch immer, dass man da wirklich auf so einer Wellenlänge ist. Viele haben aber die Geduld, glaube ich, nicht oder fragen sich, okay, wann kommt denn da die tiefe Connection und ist das jetzt irgendwie Zeitverschwendung, dass ich darauf warte, weil es vielleicht sehr einseitig ist. Also ganz oft arbeitet ja auch nur eine Seite und die andere ist so, okay, ja, passiert halt alles irgendwie so, wie es passiert und das entwickelt sich. Aber ist da vielleicht gar nicht so dahinter, dass die Beziehung auch langfristig wirklich funktionieren soll? Denkst du, es ist dann auch so ein Moment zu sagen, okay, wenn da gar nichts kommt, muss man dann gehen, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, wenn die Connection sich irgendwie nicht aufbaut, weil man nur von einer Seite da Zeit investiert? Die erste Frage, die wir unseren Klienten stellen, wenn der Coaching-Prozess so losgeht, ist, was ist deine Absicht? Wo willst du eigentlich hin? Welche Form von Beziehung willst du leben? Welchen Wert möchtest du gerne mehr in deiner Partnerschaft haben? Und wenn dir Sicherheit wichtig ist, dann hast du besser nie einen Konflikt in deiner Partnerschaft oder hast nie Streit in deiner Partnerschaft, weil jeder Streit, jeder Konflikt ist ja ein Risiko für diese Sicherheit, die du haben willst. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte erfüllte Partnerschaft leben, ich möchte mehr Wertschätzung, ich möchte mehr Nähe, ich möchte mehr Gemeinsamkeiten, Partnerschaft, dann lohnt es sich zu streiten, Konflikte zu haben. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, oft ist es einer, der sich mehr um diese Beziehungsthemen kümmert. Und vielleicht in 95 Prozent der Fälle ist das die Frau. Also die meisten Coaching-Anfragen kommen bei uns auch von Frauen, wobei sich das in den letzten zwei, drei Jahren auch langsam ändert, wobei dann auch oft die Männer vorgeschickt werden und die Partnerinnen sagen, hier, kontaktieren wir bitte den und den. Eigentlich gar keinen Bock. Genau. So mein Gott, warum sitze ich jetzt hier bei so einem Coach? Was denn will der mir erzählen? Und das heißt, es gibt so eine natürliche Aufteilung und die ist nicht geschlechtsspezifisch. Das können theoretisch beide, aber natürlich durch unsere gesellschaftliche Konditionierung ist es oft die Frau, die Beziehungsvisionärin ist, die mehr sieht in der Beziehung als das, was da ist. Und dann gibt es den Gegenpart dazu, das nennen wir den Beziehungserfüller. Und das ist in vielen Fällen der Partner, der Mann. Und jetzt ist es so, wenn du eine Beziehungsvision hast, wo du hin willst, sagen wir, du möchtest mehr Nähe leben oder du möchtest deine Sexualität verändern oder du möchtest mehr Wertschätzung, dann bist du natürlich darauf angewiesen, dass dein Partner irgendwie dem folgt. Weil wenn er es nicht tut, dann ergibt sich natürlich eine Konsequenz, nämlich erst mal Distanz. Und Trennung ist ja, weil du es gerade angesprochen hast, ist ja auch ein Spektrum. Das heißt, Trennung findet ja nicht mit Null oder Eins statt. Also jetzt wird irgendwie ein Bedürfnis nicht erfüllt, jetzt trenne ich mich. Sondern Trennung ist immer ein Prozess, ist immer ein Spektrum über ganz viele Graubereiche. Das heißt, Distanz wird mit Partnerschaft immer stattfinden und ist ganz wichtig. Denn in dem Moment, wo du auf Distanz gehst, kann jeder wieder sich selbst erleben. Du kannst feststellen, willst du den anderen wirklich brauchen, wollt ihr einander nahe sein, seid ihr bereit, wieder Kompromisse zu finden, um einander wieder näher zu kommen. Und natürlich, ich glaube, beidseitige Verantwortung ist eine der wichtigsten Kriterien oder Bedingungen, die ihr für eine erfüllte Partnerschaft braucht. Das heißt, wenn nur einer an der Partnerschaft arbeitet, wird es nie funktionieren. Und da wirklich lieber früher das zu untersuchen und festzustellen, als nach x Jahren Partnerschaft, wo dann der Schmerz umso größer ist. Also lieber frühzeitig ein Bewusstsein dafür schaffen, dass beide in dieser Beziehung arbeiten wollen, sollen. Aber dass es auch natürlich ist, dass einer die Impulse dazu gibt. Und hast du Tipps, wenn gerade Frauen versuchen, dem Mann ein bisschen bewusster zu machen, dass auch von der anderen Seite ein bisschen mehr Engagement kommen soll, er aber aktuell gar nicht dazu bereit ist, weil man vielleicht auch nicht versteht, warum es sinnvoll ist? Weil ich lese zum Beispiel ganz oft auf TikTok, es gibt ja super viele Reels zum Thema Liebe und so weiter. Und gerade auch dieses Thema, wenn etwas nur von einer Seite kommt, wird sehr oft angesprochen. Und ich lese mir da gerne mal die Kommentare durch, um einfach mal so ein bisschen die Gedankengänge von anderen zu verstehen. Und ganz oft lese ich, ja, ich will unbedingt was an der Beziehung ändern, aber meinen Partner nicht. Um es nicht direkt aufzugeben, hast du da irgendwie einen Tipp, dass man, also man will ja auch keinen dazu zwingen, aber gibt es einen Tipp, wie man vielleicht da ins Gespräch gehen kann, um die Wichtigkeit nochmal zu betonen? Ja, also ich glaube, eine der krassesten Blockaden in Partnerschaft sind so die Vorwürfe zwischen Männern und Frauen. Und bei allen Ähnlichkeiten, die wir haben, sind wir auch einfach echt unterschiedlich, vor allem auch unterschiedlich konditioniert. Und ich glaube, wenn man mit einem Vorwurf dem Partner gegenüber tritt und sagt, ich will jetzt was in der Partnerschaft verändern und du verweigerst dich ja die ganze Zeit, dann sinkt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der Partner mitgeht und darüber spricht. So, das heißt, es ist wichtig, dass du ohne Vorwurf das Ganze formulierst. Und ohne Vorwurf heißt auch, dass du deinen ganzen Glaubenssätzen irgendwie bewusst bist. Denn das, was wir, wenn du beispielsweise einen Vorwurf von deiner Eltern mit dir rumträgst, sagen wir, ich habe einen Vorwurf von meiner Mutter, den ich auch hatte. Ich glaube, es ist auch ein natürlicher Prozess, dass man als Kind irgendwann Vorwürfe entwickelt, auch um sich abzugrenzen, um ein eigenes Leben aufzubauen. Aber wenn du einen Vorwurf von deiner Mutter hast, dann hast du einen Vorwurf an das Weibliche. Und wenn du einen Vorwurf an das Weibliche hast, hast du automatisch auch irgendwie einen Vorwurf, den du an deine Partnerin weiterträgst. Weil unser Unterbewusstsein einfach sehr simpel funktioniert. Es versucht zu vereinfachen, es versucht zu kategorisieren, auch wenn das total irrational ist. Und in Partnerschaft ist es so wichtig, sich diesen unterbewussten Glaubenssätzen und diesen unterbewussten Vorwürfen bewusst zu werden. Weil wenn wir es nicht machen, dann funktionieren wir wie auf so einer Überlebensebene und wir fangen an, uns zu rächen. Also Rache ist so ein total unbewusstes, unterbewusstes Verhalten, was in uns aber total angelegt ist. Das heißt, wenn wir einen Vorwurf haben, fühlen wir uns als Opfer und wir werden das immer irgendwie ausgleichen. Und am einfachsten ist das, wenn man das verbal kommuniziert und sagt, ich habe folgenden Vorwurf. Und dann kann man darüber sprechen und kann den auflösen. Wenn dir der aber gar nicht bewusst ist, dann drückst du den durch dein Verhalten aus. Du gehst auf Distanz oder du wirst irgendwie genervt von deinem Partner. Und das ist auch was ganz natürliches, was in Partnerschaft über, wenn du länger Zeit zusammen bist, wird sowas immer passieren. Und es ist die Kunst, sich das wieder bewusst zu machen, darüber zu reden und herauszufinden, wo kommt dieser Vorwurf eigentlich her? Wann in Partnerschaft hat das angefangen? Oder war das schon immer so, sodass das vielleicht was ist, was du von deinen Eltern übernommen hast? Was ist so ein typischer Glaubenssatz? Ist da so einer jetzt in Bezug auf? Auf das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, ist ja auch so ein Klassiker. Männer sind unemotional oder können nicht über Gefühle reden. Und da steckt natürlich eine Wahrheit drin. Also in den meisten Fällen, wenn man es mal verallgemeinern möchte, und ich bin kein Fan von Allgemeinern, aber natürlich oft können Frauen leichter Gefühle wahrnehmen und ausdrücken als Männern. So auch im Coaching-Prozess, wenn ich ein Coaching-Gespräch habe, fällt es den meisten Frauen viel leichter, an ein bestimmtes Gefühl heranzukommen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern es auch auszuleben. Männer tun sich da viel schwerer. Und ich finde, dass es aber, wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, so ist, dass es lange auch nicht erwünscht war, dass Männer fühlen. Wenn du dir die Weltkriege irgendwie anguckst und sie sind nach Hause gekommen, sollten eben nicht über das sprechen, was sie gefühlt haben, einfach um die Familie nicht zu belasten. Und das ist, wo wir herkommen. Und jetzt, wenn man Männern ohne Vorwurf gegenüber tritt, erlebe ich es so, dass alle über Gefühle sprechen können. Das heißt nicht, dass sie die Gefühle wirklich leben, aber sie können zumindest darüber sprechen. Das finde ich schon mal wichtig festzuhalten in dem Prozess, den du gerade genannt hast, weil das ja oft so Dynamik ist. Sie möchte was verändern, er folgt nicht. Dass da so viele gesellschaftliche Geschlechtervorwürfe im Spiel sind. Und wenn man darüber spricht und sich denen bewusst wird, ist die Schwelle viel niedriger. Und es fällt viel leichter, diese Gespräche zu führen. Oder sich auch einfach jemand Drittes zu holen, einen Coach, einen Therapeuten. Und da ist ja die Berührungsangst voll groß, was ich schade finde, weil ich das so schön finde, mit jemandem Dritten als Moderator einfach mal tiefer zu sprechen, der einem andere Fragen stellt. Ganz oft steckt ja auch viel in uns, aber man hat diese Glaubenssätze ja gar nicht immer bewusst jeden Tag. Also ich gehe jetzt ja nicht durch die Stadt und denke mir so, oh jetzt in dem Moment habe ich den Glaubenssatz, sondern es steckt ja irgendwie in uns drin, aber wir werden ja nicht so oft damit konfrontiert. Deswegen ist es ja wirklich gut, irgendwie mal jemanden von außen zu haben oder auch mal schon ein Buch darüber zu lesen, dass man, sobald ich zum Beispiel früher Glaubenssätze gelesen habe und mich sehr ausgiebig mit dem Thema beschäftigt habe, war es wirklich so, ich habe die gelesen und dann gehst du da durch und denkst du so, oh ja krass, der trifft auf mich zu. Dann liest du ein bisschen weiter, oh und der auch. Und dann weiß man ja, was einen vielleicht auch so ein bisschen triggert. Auf jeden Fall. Und wir haben ja alle total viele Glaubenssätze, die super funktionieren. Viele Ängste sind ja auch berechtigt, also wenn man Ängste von einer Spinne hat und andere eben nicht. Und da ist es so schön, einen Partner zu haben, der einen ja genau da triggert, was das Wort ja auch gerade schon genannt, und einem genau die Glaubenssätze widerspiegelt, die eben nicht funktionieren. Auch wenn es nervig ist, Partnerschaft. Und dass dieses Triggern nervig ist. Aber es führt eben dazu, dass du dir der Themen bewusst wirst, die eben dich selbst begrenzen. Um nochmal aufs Thema zurückzukommen, ob das Zeitverschwendung ist, daran zu arbeiten. Wie kann man erkennen, ob man in einer Beziehung feststeckt oder nur von der Idee der Liebe gefangen ist? Am wichtigsten finde ich, dass man sich bewusst macht, Taten zählen mehr als Worte. Es ist leicht zu sagen, ich liebe dich. Auch das fällt vielen sehr schwer. Aber es ist leichter, Versprechen zu geben, als Versprechen tatsächlich einzuhalten. Und gerade wenn man schon mehrere Jahre zusammen ist, auch mal zu schauen, wie habe ich mich in den letzten Jahren entwickelt. Denn wenn nur einer an der Partnerschaft arbeitet, dann führt das natürlich dazu, dass der Selbstwert desjenigen, der mehr an der Beziehung macht, immer weiter reduziert wird. Und man sich im Zweifel immer lieber selber die Schuld gibt, als die Beziehung in Frage zu stellen. Das heißt, glaube mehr an die Taten als an die Worte und beobachte dich selbst. Wie hast du dich in den letzten Jahren in dieser Partnerschaft entwickelt? Bist du gewachsen? Bist du irgendwie resigniert? Wie geht es dir dabei? Und wie sind deine Gefühle auch, wenn du mit deinem Partner zusammen bist? Sind die in den allermeisten Fällen positiv, belastend? Fühlst du dich eingeengt, verängstigt? Also die Gefühle geben ja ganz viel Aufschluss daraus, welche Qualität die Partnerschaft hat. Und wann weiß man wirklich, wann es Zeit ist zu gehen? Also ist es so, dass Menschen lieber in so einer gewohnten Situation drinbleiben, damit sie sich irgendwie nicht mit einer Trennung oder sowas konfrontieren müssen. Aber wann muss man so richtig realisieren, dass es einem einfach nicht mehr gut tut? Ja, wir haben da drei Fragen, die wir gerne stellen. Frage Nummer eins ist, hast du alles gegeben? Hast du von deiner Seite aus verstanden, was du mit der Beziehung zu tun hast? Und Frage Nummer zwei ist, arbeitest nur du in der Beziehung oder ihr beide? Haben wir vorhin schon thematisiert. Wenn nur einer immer in der Beziehung arbeitet und dadurch sein Selbstwert immer weiter reduziert, dann ist das letztlich eine toxische Dynamik. Und Punkt drei ist so die Frage, wünschst du diese Form der Beziehung deinem Kind? Und die geht natürlich emotional tief, weil du da wirklich dir überlegst, habe ich diese Beziehung verdient? Und es ist leichter dann, sich das bei einem Kind vorzustellen, weil man ja selber auch tendenziell dann vielleicht viel aushält und viel mehr als gesund wäre. Deshalb die dritte Frage, wünschst du diese Beziehung, die du jetzt gerade lebst und seit vielen Jahren lebst vielleicht, wünschst du die deinem Kind? Finde ich es so mächtig. Und es ist so krass, weil ganz oft, also wenn ich jetzt mal zurückdenke an das, was ich so in den letzten Jahren mal hatte, was ich da mitgemacht habe, was ja, kommen wir später nochmal dazu, ja auch meine Schuld war. Ich finde es krass, weil wenn man sich die Frage stellt und ich habe sie mir auch gestellt in Bezug auf jede Person, die irgendwie mal in mein Leben gekommen ist und ich hätte es auf jeden Fall ungerne meinem Kind, ich sage mal so, mein Kind mit dem Menschen gesehen. und das ist eigentlich so krass. Jetzt hast du Schuld angesprochen. Schuld? Ja, du hast gesagt, du bist schuld. Naja, komm, ich habe gute Fragen dazu. Okay. Es geht nämlich, weil du es auch gerade schon erwähnt hast, um eine toxische Dynamik, weil viele sind ja immer so, ach, nur der eine Partner, lass uns doch da kurz mal einsteigen. Ja, schieß los. Es ist ja so, dass man immer wieder hört, oh, mein Partner ist so toxisch. Du hast mir aber mal erzählt, dass es keinen toxischen Menschen an sich gibt, sondern nur eine toxische Beziehungsdynamik. Ja. Sprich, es sind immer zwei Menschen, die dazu beitragen, dass die Beziehung gerade vielleicht nicht so läuft, wie sie laufen soll. Wie stehst du dazu? Kannst du vielleicht mal den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal sagen, was dieses Wort toxisch, was ja mittlerweile so in der Gesellschaft für alles benutzt wird, was hat dieses toxisch auf sich? Also ich finde, wenn man über toxische Menschen redet, dann finde ich das irgendwie menschenverachtend. Also ich finde toxische Menschen, das ist so ein Menschenbild, dem ich einfach nicht zustimmen möchte. Ich möchte nicht daran glauben, dass es Menschen gibt, die schlecht sind per se. Ich möchte daran glauben, dass Menschen in ihrem tiefsten Inneren eigentlich etwas Gutes bewirken wollen. Und wir werden auch zu dem, der wir sind, durch die Umstände, in denen wir leben und in die wir geboren worden sind. Bei dem einen mag das Krankheit sein, bei dem anderen mögen das Missbrauch sein, die dazu führt, dass er wenig beziehungsfähig ist, was dann zu toxischen Dynamiken führt. Aber es gehört, wie du es gerade schon erklärt hast, zu einer Dynamik immer zwei. Einer, der sich vermeintlich dann ausnutzen lässt und der andere, der ausnutzt. Und was führt bei dir dazu, dass du dich in einer, also ich meine nicht dich, sondern grundsätzlich, was führt bei jemandem dazu, sich von dieser toxischen Dynamik nicht abzugrenzen? Also das ist das, was ich vorhin benannt habe mit, was ist dein Anteil in dieser Beziehung? Also zu verstehen, wieso bleibt man länger in einer toxischen Beziehung, als eigentlich rational nachvollziehbar wäre? Welcher Glaubenssatz in dir wird da angesprochen? Also wieso glaubst du, müsstest du in so einer Partnerschaft bleiben? Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, was dein Anteil ist, damit du es in der nächsten Beziehung anders machen kannst. Toxische Beziehungen gibt es auf jeden Fall. Habe ich in meiner Praxis erlebt, habe ich persönlich in meinem Leben erlebt. Und toxische Beziehungen sind zerstörerisch. Sie führen dazu, dass du dich selber so krass in Frage stellst, dass du dir immer wieder die Schuld gibst. Und das ist ein absolutes Gefängnis. Aber da kommst du nicht raus, indem du dich von dem, in Anführungsstrichen, toxischen Partner trennst, sondern indem du dich von den toxischen Glaubenssätzen trennst, die dich in deinem Leben begleiten. Und das kann dann dazu führen, dass entweder die Dynamik in der Beziehung sich gerade drastisch ändert. Die Möglichkeit gibt es ja auch, weil du dich neu lernst abzugrenzen oder die Abgrenzung führt zur Trennung. Also es ist jetzt nur ein Beispiel, was ich nenne, aber es ist ja ein sehr häufiges Beispiel, was du vielleicht auch, kannst du ja mal darüber reden, in deinen Coachings mitbekommst oder auch nicht. Man greift ja oft zu narzisstischen Menschen oder zu Menschen, wo du als Person in der Beziehung eher so ein Ja-Sager bist, also wo du versuchst, immer alles recht zu machen, immer zu springen, wenn er sagt, komm. Oder sie, gibt es ja Mann und Frau, können ja beide so sein. Aber warum neigen wir Menschen dazu, dann solche, ich nenne es jetzt mal für uns Frauen, Bad Boys zu nehmen, die irgendwie jeder haben will, die, wo du es allen recht machen willst und die schlussendlich eigentlich gar nicht das Beziehungsbild erfüllen, was man sich eigentlich wünscht. Verlustangst trifft ja oft auf Bindungsangst, um die Begriffe auch nochmal mitzubenutzen. Das heißt, wenn du Angst hast, jemanden zu verlieren, sozusagen der Ja-Sager in der Beziehung bist, dann suchst du dir gerne auch jemanden, der eine Bindungsangst hat, also der sich gar nicht so gerne auf Beziehung einlässt. Denn irgendwie ist das Prinzip natürlich auch sicher. Denn wenn du dir jemanden aussuchst, der sich nie wirklich auf eine Beziehung einlässt, dann kannst du den auch nie wirklich verlieren. Das ist wie ein Schutzmechanismus, der in dir wirkt. Und wenn du dir den gar nicht bewusst machst, dann suchst du dir immer wieder diesen Typen, der bindungsängstlich ist und der eigentlich gar keine Verbindlichkeit leben will, weil du dich selber dafür schützen willst, diesen Verlust zu erfahren. Und statt diesen Verlust dann einmal wirklich zu erleben, teilst du den auf jeden einzelnen Tag auf. Weil natürlich dieser Mensch, den du liebst oder den du glaubst zu lieben, je nachdem, der dir aber gar nicht nah sein will, das ist ja auch schmerzhaft, weil du fühlst dich ja jeden Tag abgelehnt. Und das ist so wichtig, sich das bewusst zu machen, dass du diesen Verlustschmerz, den du eigentlich vermeiden willst, den vermeidest du gar nicht, sondern den fühlst du sogar jeden Tag. Aber wie kommt man da raus? Indem du dir erstmal bewusst machst, welchen Verlust du in deinem Leben erfahren hast, sodass diese Verlustangst so groß ist. Was in deinem Leben hast du verloren? Welche Erwartung an die Liebe ist enttäuscht worden? Sodass du so an dieser Verlustangst hängst. Denn die Verlustangst erstmal anzunehmen, ist ganz wichtig. Also sich nicht gegen sie zu wehren, sondern sie anzunehmen, um zu gucken, okay, was will sie mir eigentlich sagen? Jedes Gefühl hat einen bestimmten Zweck und hat eine bestimmte Aufgabe, möchte etwas mitteilen und es gilt etwas zu lernen. Und vor allem bei den unangenehmen Gefühlen gilt es etwas zu lernen. Und eine Angst ist unangenehm, aber wo hat sie ihren eigentlichen Ursprung? Wie kann man aber eine Person oder wie kann man so ein krasses Gefühl von Liebe aufbauen bei einer Person, die dir eigentlich gar nicht die Nähe gibt, die man in einer Beziehung sich erhofft, gerade bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, bei einer narzisstischen Beziehung oder bei einem narzisstischen Menschen? Erstmal gibt es ja das Gefühl von Liebe nicht. Also weil du gerade gesagt hast, man baut so in sich das Gefühl von Liebe auf. Ja, aber ist ja so. Man denkt ja, dass es ein Gefühl ist, was so krass kribbelt und so ein relativ vernahtes Gefühl. Man denkt so, oh mein Gott, man kann gar nicht mehr ohne diesen Menschen. Beschreib das Gefühl mal. Wie fühlt sich das an? Bei mir war es damals so, ich habe die Person mal gar nicht so oft gesehen und hatte schnell so das Gefühl von, oh ja, das ist die Person, mit der will ich Kinder kriegen und was weiß ich. Aber auf rationaler Ebene gab es gar keine Punkte, warum ich dieses Gefühl hätte spüren können, weil es wie einfach nur ein erzeugter Gedanke war oder eine erzeugte Hoffnung oder was auch immer, was ich fühlen wollte. Aber auf rationaler Ebene hat mir dieser Mensch gar nichts gegeben, dass sich überhaupt Liebe entwickelt. Weil man hat weder eine gute Kommunikation gehabt, man hat weder einen guten Austausch gehabt, also sei es, wenn man sich im Realen sieht oder über WhatsApp oder sowas. Es war so richtig, okay, von meiner Seite kam alles, von der anderen Seite kam gar nichts, aber ich war trotzdem so vernaht in diese Person. War das ein angenehmes Gefühl? In dem Moment, wo er weg war? Also wo du ihn vermisst hast? Nee, in dem Moment, wo die Person weg war, war es tatsächlich kein gutes Gefühl, weil immer eine Verlustangst dahinter steckte. Ich war irgendwann, habe ich meinen Wert erkannt, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt anrufe und mich über die Situation beschwere, dann ist es vorbei. Ja. Und das habe ich irgendwann auch tatsächlich gemacht, weil ich mir das ja auch nicht mehr geben kann. In dem Moment wusste ich noch nicht, dass das mit meinem Wert irgendwie was zu tun hat, aber das Gefühl ist natürlich nicht schön. Gerade wenn du immer wieder irgendwie versetzt wirst oder gar keine Aufmerksamkeit bekommst, also so diese normale Aufmerksamkeit. Ich meine, die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, das kann man sich ja schon mal selber erfüllen. Also da brauche ich jetzt, ich brauche jetzt keinen von außen, der mir immer sagt, wie, keine Ahnung, wie toll ich bin oder sowas. Ich finde, das können wir uns alle selber sagen, auch. Aber wenn halt gar nichts von der anderen Seite kommt, dann ist, sobald die Person weg ist, denkst du dir so, okay, warte mal, macht er jetzt morgen Schluss? Oder vielleicht nächste Woche? Weil wir haben gar keine Basis, wo ein Vertrauen da ist, dass ich vertrauen könnte, dass es die nächsten Jahre hält. Du hast ja gerade gesagt, dass man sich aber trotzdem weismacht, einredet, dass das ein Partner ist, mit dem man Kinder kriegen könnte. Da muss es ja schon so eine Hoffnung geben, trotzdem, in einem. Oder also irgendein Wunsch, ein positives Gefühl, dass man denkt, also du stellst dir das ja dann vor, mit dem Kinder haben zu können, wie schön das sein könnte. Oder es ist nur die Angst, die einen beklemmt, bedrückt. Bei mir war es tatsächlich immer so, dass ich, ich hatte den Gedanken in dem Kopf, dass ich mit der Person Kinder kriegen könnte, weil ich mir dachte, okay, das Leben, was die Person gegenüber lebt, finde ich schön und könnte ich mir vorstellen für mein Kind. Aber die rationale, also auf der rationalen Ebene, diese zwischenmenschliche Ebene, diese deep connection, die war halt gar nicht da. Deswegen habe ich eher das Leben der anderen Person geliebt, anstatt die Person an sich. Ja. Das habe ich irgendwann verstanden. Na, das ist eine geile Erkenntnis. Ich finde auch, weil du es gerade gesagt hast, jeder kann sich natürlich selber, also sollte ja das Ziel sein, Selbstliebe zu leben, indem man sich selber mag, liebt, sich Komplimente macht. Und ich finde es aber trotzdem natürlich in Partnerschaft wunderschön, gesehen zu werden, anerkannt zu werden, bestätigt werden, bestärkt zu werden und sollte auch normal sein in einer gesunden Beziehung. Aber ich finde, man sollte sich keine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, man sollte jetzt nicht eine Beziehung eingehen, nur damit man Bestätigung bekommt oder nur um seinen Wert aufrecht zu erhalten. Absolut. Weil ich habe irgendwann mal gelesen, nee, das war der allererste Podcast, den ich mir angehört habe, als ich damals so ein paar Struggles hatte und verstehen wollte, warum ich immer zu den falschen Menschen greife. Und da war der erste Satz, war so, okay, welche Bedürfnisse soll dir dein Partner erfüllen? Und da hatte ich da so eine Liste und war so, hm, okay, der Satz, der danach kam, du kannst dir alles selber erfüllen und solltest du in erster Linie auch? Das war irgendwie so mächtig, weil es stimmt halt, weil sonst suchst du ja natürlich immer nach irgendwas, was er, also, was man sich irgendwie erhofft. Und das Schöne ist, in einer gesunden Beziehung hat dein Partner auch einen krassen Sensor für. In dem Moment, wo du etwas willst, zum Beispiel anerkannt werden, weil du selber in dir einen Mangel trägst, das spürt dein Partner und gibt dir das dann genau nicht. Da sind Partner in Beziehung wirklich wie so, die sind total, die fordern dich maximal heraus, wie als ob du einen inneren Sensor hast, du gibst dem Partner nur das, was auch okay wäre, wenn er es nicht bekommt. Wenn du sozusagen aus dem Mangel heraus Wertschätzung bekommen willst, wird dein Partner dir die wahrscheinlich nicht geben. Und es führt dann aber dazu, dass du dir selbst darüber bewusst wirst, dass dir diese Wertschätzung fehlt, dann gibst du deinem Partner die Schuld, anstatt dann irgendwann bei dir zu gucken, warum ist mir diese Wertschätzung eigentlich so wichtig und gebe ich mir die überhaupt selbst. Das ist halt ein geiler Punkt. Ich finde auch, man muss es erst selber in sich sehen, damit die andere Person das auch überhaupt sehen kann. Ja. Und ich glaube, dann kommt es auch automatisch. Das stimmt. Da hast du das Gefühl von Liebe beispielsweise. Also es ist kein Gefühl, aber wenn wir es mal noch nehmen, du musst es erst selber in dir, du musst dich selbst lieben können, damit jemand anders dich lieben kann, sonst würdest du diese Liebe nie als solche wahrnehmen. Und trotzdem, als Tanja und ich uns kennengelernt haben vor 13 Jahren, hatten wir so krass viele Vorwürfe noch und Glaubenssätze, die nicht für Beziehungen funktioniert haben, die wir gemeinsam aufgelöst haben. Das heißt, ein Partner kann dir auch super widerspiegeln, was bei dir gerade nicht funktioniert. Und du wirst auch in der Partnerschaft dann feststellen, ob du Selbstliebe lebst oder nicht. Dein Partner wird dir das widerspiegeln und du kannst in einer Beziehung diese Selbstliebe für dich erleben, erschaffen. Und das finde ich irgendwie auch das Schöne in der Partnerschaft. Also du musst nicht fertig sein, bevor du in eine Partnerschaft einsteigst, sondern du kannst halt diesen Weg irgendwie gemeinsam gehen. Das finde ich irgendwie wichtig, mal zu unterstreichen. Ja, ist auch so. Ich finde, in einer Partnerschaft hat man dann auch irgendwann, wenn du dich, es ist wie bei der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich einmal mit dem Thema beschäftigst, auch mit den Glaubenssätzen, dann ist egal, mit wem du bist, du hast immer so Spiegel, weil du auf einmal anfängst, wieder zu reflektieren. Also seitdem ich das mache, seit jetzt ein paar Jahren, egal in welchen Situationen ich bin, ob privat oder beruflich, sobald du einmal gelernt hast, dich zu reflektieren, ist es, glaube ich, in einer Partnerschaft auch dann noch leichter, weil es dann einfach nur noch ein Spiegel ist und du triggerst dich ja eigentlich immer gegenseitig. Ja, unerbittlich. Ist es oft, dass man so die gleichen Punkte hat? Es gibt so eine Schnittmenge. Man passt zusammen wie zwei Puzzleteile. Jeder hat eine komplett eigene Story und ganz andere Glaubenssätze, aber man trifft sich in einer bestimmten Dynamik, die dann beide verbindet. Und deshalb ist es immer magisch, wenn beide in einem Streit dann erkennen, was sie miteinander zu tun haben. Und natürlich haben die ganz anderen Biografien, aber in einem Streit sind sich natürlich beide einig und ergänzen sich perfekt wie Verlustangst und Bindungsangst. Der Bindungsängstliche, um es mal aus seiner Perspektive zu sehen, trifft auf eine Frau oder auf den Verlustängstlichen, der ihn sozusagen einengen will und ihn das natürlich massiv triggert, weil er genau vor so einer Verbindlichkeit, vor so einer Nähe Angst hat. Das heißt, in einer Beziehung wird dir immer das wiedergespiegelt, wovor du eigentlich am meisten Angst hast. Und das ist dann jedes Mal wieder eine Möglichkeit, dir selbst auf die Schliche zu kommen. Ich habe eine Frage. Gibt es einen Liebesrat, den wir alle schon mal gehört haben, aber den wir nicht befolgen sollten? Ich finde, einer ist nie zerstritten ins Bett gehen. Also wenn ihr schlafen geht, dann schaut, dass alles irgendwie geklärt ist. Das finde ich zum Beispiel so einen absoluten Quatsch. Also wir sind totale Streitfans. Ich finde, Streit ist so wichtig in einer gesunden Partnerschaft. Uns wird viel zu wenig thematisiert. und ich finde, dieser Gedanke, man könnte jeden Streit irgendwie in zwölf Stunden klären und dann einfach wieder glücklich ins Bett gehen, das ist so eine Illusion. Manche Streits dauern Tage, Wochen, Monate, Jahre. Es ist natürlich und manche Konflikte erkennst du erst nach einer gewissen Zeit und dieses zerstritten ins Bett gehen, bin ich ein Fan von, lieber zerstritten ins Bett gehen, einmal ausschlafen, gut frühstücken und am nächsten Tag ausgeschlafen und ausgeruht wieder den Konflikt weiterführen, als irgendwie versuchen, am Abend noch irgendwie eine Lösung zu finden und sich dann immer mehr in die Haare zu kriegen. Ich bin ja von Grund auf ein Mensch, der sich wenig streitet. Wenn ich mich streite, setze ich mich immer mit der Person hin und sage, hey, ich führe gerade das, ich habe das Gefühl, dass das und das vielleicht nicht gut ist. Also egal, mache ich auch mit meiner Familie schon immer so. heißt Streiten für dich jetzt laut werden oder lass uns mal Streiten definieren. Ja, super. Also dann scheiden wir erst mal Streit und Konflikt. Und Konflikt ist, du bist unterschiedlicher Meinung und Streit ist, wenn du Recht haben willst. Und ich finde Streit deshalb wichtig, weil wir in Beziehung ja trotzdem zwei getrennte Menschen sind. Und ich finde es total gesund und wichtig, für die eigene Meinung einzustehen und Recht haben zu wollen. Denn die Wahrheit entsteht immer nur aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Wie so in der Wissenschaft, ja, der eine sagt, es ist so, der andere sagt, es ist so, dann setzt man sich an den Tisch, beide wollen Recht haben und in diesen beide wollen Recht haben, da entsteht die richtige, die wirkliche Wahrheit und so ist es in Beziehung auch. Und deshalb finde ich es so wichtig, zu streiten und den Mut zum Streiten zu haben und anderer Meinung zu sein und das auszudiskutieren. Hm. Ja, ich mache das, also ja, wobei doch, okay, mit dem Recht haben, das macht schon Sinn. Aber ich finde, es ist trotzdem immer wichtig, beide Perspektiven sich anzuhören. Ja, auf jeden Fall. Super wichtig, weil ich glaube, was man vielleicht auch oft falsch machen kann, ist, wenn man nur auf sein Recht beruht und dann die andere Person auch gar nicht aussprechen lässt. Ja, das ist ja. Weil dann ist halt immer nur so dieses einseitige, ja, ich muss jetzt Recht haben und das, was ich jetzt sage, das stimmt und dann lässt man den anderen gar nicht ausreden. Ich finde, das ist dann wiederum ein bisschen. Du lebst es ja sehr gesund und ich kenne aber viele Klientinnen vor allem, das ist ja auch ein weibliches Thema oft, die bestimmte Konflikte nicht ansprechen. Hm. Und deshalb ist es mir auch mal so wichtig zu sagen, Mut zum Streit, weil weibliche Wut ist was, was so krass unterdrückt worden ist gesellschaftlich. Frauen sollten irgendwie funktionieren, brav sein, harmoniebedürftig sein, im Zweifel nicht ihre Bedürfnisse formulieren und vor allem nicht wütend werden, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und das erlebe ich in Beziehungen einfach viel und deshalb ist es mir wichtig, das einmal zu benennen und zu sagen, es ist auch okay, wütend zu sein und etwas einzufordern. Und wir leben es so, dass ich dann auch dankbar bin, wenn Tanja wütend ist, weil ich das Privileg habe, dass sie auf mich wütend ist und mir ihre Liebe schenkt. Weil es ist ja auch Ausdruck von Liebe, dass man sagt, okay, mir ist etwas wichtig, ich bin wütend, ich will es haben, wir müssen darüber sprechen, denn sie wählt, mich brauchen zu wollen. Du brauchst ja keinen Partner im besten Fall, das hast du ja vorhin auch so schön gesagt, im besten Fall liebst du dich und kannst deine Bedürfnisse dir selbst erfüllen und es gibt ja nichts Schöneres, als einen Partner brauchen zu wollen. Also du kannst alleine erfüllt sein und auf dem Standpunkt nimmst du den Partner und sagst, okay, jetzt wollen wir es gemeinsam machen. Man sagt ja auch immer, man soll sich nicht abhängig machen von einer Person. Warum ist Abhängigkeit gar nicht schlimm? Wenn Abhängigkeit frei gewählt ist, dann führt es zu Nähe. Nähe gibt es nicht ohne Abhängigkeit. Erklär mal. Wenn du selbst deine Hand streichelst, dann kannst du das genießen. Schöner ist es, wenn jemand anders deine Hand streichelt. Vorausgesetzt, ihr habt keine Vorwürfe, dann kann auch das nervig sein. Das heißt, du willst jemand anders brauchen und fragst vielleicht, kannst du mich streicheln? Und du kannst diese Erfahrung von jemand anders gestreichelt werden, nur machen, indem du den anderen dazu fragst und dich abhängig machst. Aber du weißt, du könntest auch selbst deine Hand streicheln oder du könntest jemand anders fragen, ob er es macht. Aber in dem Moment, wo deine Hand gestreichelt wird, brauchst du den anderen. Du willst ihn brauchen, du bist abhängig in dem Moment. Das heißt, Nähe erfordert immer eine gewisse Abhängigkeit. Und es ist aber wichtig, dass diese Abhängigkeit frei gewählt ist. Also zum Glück hatten wir die ganze Emanzipation, die dazu geführt hat, dass zumindest viele Frauen finanziell unabhängig sind. Leider immer noch viel zu wenig. Aber finanzielle Unabhängigkeit ist auch wie eine Voraussetzung dafür, dass man erfüllte Partnerschaft leben kann. Denn wenn du finanziell abhängig bist, wird das auch dazu führen, dass du bestimmte Bedürfnisse vielleicht gar nicht formulierst, weil du eben existenziell abhängig von deinem Partner bist und eine Abhängigkeit, die eben nicht frei gewählt ist. Und das Spiel kannst du auch auf Männer anwenden. Männer sind in ganz vielen Fällen emotional abhängig von ihren Frauen, ohne selber ihre eigenen Emotionen regulieren und fühlen zu können. Das heißt, Frauen waren oder sind leider viel zu häufig finanziell abhängig, aber Männer sind leider immer noch viel zu sehr emotional abhängig von Frauen. Also es gibt schöne Statistiken, die das zeigen, dass nach einer Trennung Männer in so ein emotionales Tief fallen, sich in bestimmte Süchte begeben oder sie suchen sich direkt eine neue Partnerin, weil sie gar nicht in der Lage sind, emotional unabhängig zu sein. Was total traurig ist. Und genau das Äquivalent ist eben, dass Frauen nicht finanziell unabhängig sind. Was aber das größte Ziel in jeder Partnerschaft sein sollte, die Frau in ihre finanzielle Unabhängigkeit zu bringen und den Mann in seine emotionale Unabhängigkeit zu bringen. Und dafür habe ich dann viele Jahre Elternzeit genommen. War nicht leicht. Tanja wollte immer gleichberechtigte Partnerschaft leben, immer alles 50-50 aufteilen. Und ich hatte Konzernkarriere und sie nimmt jetzt ein halbes Jahr Elternzeit beim ersten Kind. Beim zweiten habe ich ein Jahr genommen. Also ich habe jetzt vier Jahre Elternzeit genommen. Und Elternzeit war für mich die Möglichkeit, wieder Zugang zu meinen Emotionen zu kriegen. Weil natürlich Kinder, deine eigenen Kinder, die du liebst, die lösen in dir krasse Gefühle aus. Nicht nur positive und schöne, sondern auch negative, weil sie dich selbst sehr widerspiegeln und du dir vor dem vermeintlich bewahren willst, was du selber erlebt hast. Das heißt, Kinder sind das beste emotionale Training für Männer. Und deshalb ist es so wichtig, dass mehr Männer Kehrarbeit übernehmen. Aber ja nur leider 8% der Väter nehmen mehr als drei Monate Elternzeit. Und es wäre aber so wichtig, dass das mehr sind. Und eben nicht nur zwei Monate, wo man dann gemeinsam in den Urlaub fährt oder wo die Frau auch zu Hause ist, sondern wo du wirklich als Mann alleine für dieses Kind verantwortlich bist, um die Erfahrung zu machen, okay, das braucht mich zu 100%. Und gleichzeitig so wichtig, dass Frauen in der Zeit etwas für ihre finanzielle Unabhängigkeit tun. Nicht tun müssen, aber tun können. Hat es auch so ein bisschen was mit männliche und weibliche Energie ausleben? Von beiden Seiten aus? Weil, also ich kenne es von mir, ich stecke sehr, sehr krass in der männlichen Energie. Immer performen, immer Unternehmen führen, was auch immer. für mich ist es grundsätzlich schwer, mich mal fallen zu lassen und einfach mal, es fängt bei mir bei den banalsten Dingen an, so selber bestellen. Ich muss immer alles bestellen, dass ich mich mal einfach zurücklehne und da die Stopptaste drücke, fällt mir super schwer. Mir ist es bewusst, ich bin auch gerade daran, daran zu arbeiten. Aber wie wichtig ist es auch in der Beziehung, dass man sowohl die männliche als auch die weibliche Energie auslebt? Ich würde sagen, es ist halt echt schön, dass du es ansprichst und ich glaube, es hat nicht nur was mit Beziehung zu tun, sondern, dass das total menschlich ist, weibliche, männliche Energien in sich zu haben, die auszuleben. Und wenn du es nicht tust und eine der beiden Seiten irgendwie unterdrückst oder nicht lebst, dann wird das immer irgendwie dazu führen, dass du nicht so erfüllt bist, dass du irgendwie in Disbalance bist. Also ich bin sozusagen das Gegenstück zu dir, ich lebe eher meine weibliche Energie, einfach weil ich auch mit vier Kindern wahnsinnig viel Kehrarbeit gemacht habe. Ich das dann manchmal merke, dass ich mehr in meine männliche Energie kommen muss, um wieder mich ausgeglichen zu fühlen und dann gehe ich einen Halbmarathon laufen oder mache irgendwas, um diese männliche Energie wieder zu aktivieren oder höre Hip-Hop oder ich weiß nicht, also um mir das wieder ins Bewusstsein zu rufen oder verbringe auch einfach mehr Zeit bei der Arbeit, in der Praxis. Aber natürlich auch da ist man dann mit vier Kindern natürlich abhängig vom Partner. Das heißt, das muss man natürlich dann gemeinsam abstimmen. Das ist schön, Partnerschaft ist ja auch, dass man sich da oft ergänzt. Das heißt, in dem Moment, wo ich wieder mehr in meiner männlichen Energie leben will, ist es bei Tanja das passende Gegenstück, dass sie mehr in ihrer Weiblichkeit leben will. Hast du drei Red Flags in einer Partnerschaft? Ich bin kein Fan von Red Flags tatsächlich. Auch keine Green Flags? Weil ich tatsächlich in meiner Praxis so viel erlebe. Ich erlebe Paare, die krass miteinander streiten und den Streit aufgelöst bekommen, sich beieinander entschuldigen, einander vergeben und nicht nur einander vergeben und sagen, ich verzeihe dir, was du gemacht hast, sondern einander krass dankbar sind, wer sie füreinander waren und dass sie durch diesen Streit zu viel erkennen konnten. Und ich finde wichtig, weil wir haben für eine toxische Beziehung angesprochen, ich finde total wichtig, dass man in einer Beziehung in so einem Mittelwert wächst. Es wird immer Phasen geben, wo es kriselt, wenn ein Kind dazu kommt oder wenn sich etwas in deinem Leben verändert, wird es Phasen geben, da wird eine Beziehung auch anstrengend sein über längere Zeit, also über Monate, aber im Mittel sollte eine Beziehung immer dazu führen, dass dein Selbstwert gesteigert ist, dass du wächst, dass du neue Erfahrungen machst, dass du neue Dinge lernst, dass du mehr zu dem wirst, der du immer sein wolltest. Das heißt, die Red Flag ist, dass dein Selbstwert reduziert oder zerstört wird. Das ist absolut. Und dann natürlich, klar kann man das nennen, körperliche Gewalt und so weiter, aber ich gehe grundsätzlich immer hier erst mal von gesunden Beziehungen aus. Was sind so dann mal drei Dinge, die dir persönlich in der Beziehung sehr wichtig sind? Gleichberechtigung ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich habe mich nie als derjenige gesehen, der der Ernährer der Familie ist, sondern diese Verantwortung wollte ich immer gerne teilen mit meiner Frau. Also ich habe damals Zivildienst im Kinderausbeets gemacht und da habe ich schon gewusst, irgendwie es liegt mir einfach, Kinder liegen mir, ich arbeite gerne emotional mit Menschen. So, das war mir immer wichtig. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig war, ist Nähe. Also ich verbringe gerne viel Zeit mit meiner Familie und die Eltern meiner Frau sind früh verstorben und damit kommt eine gewisse Weisheit über das Endlichkeit des Lebens. Also ich finde, wir können es ja einmal sehr erfolgreich verdrängen, dass das Leben endlich ist. Aber das ist mir in Beziehungen wichtig. Also wir haben so ein Modell, du kannst Partnerschaft sehen, wie zwei Kreise, die sich überschneiden. Und du kannst zwei Singles in Partnerschaft sein, dann hast du keine Schnittmenge zwischen den Kreisen oder du kannst die zwei Kreise immer weiter überschneiden lassen. Und wenn die komplett deckungsgleich sind, dann ist das auch wieder eine toxische Dynamik, weil dann hast du keinen Selbstanteil mehr. Und mir war es aber schon immer wichtig, dass diese Kreise schon sehr viele Gemeinsamkeiten haben, dass die weit übereinander liegen. Und was mir wichtig war, ist in Partnerschaft gerne Abenteuer zu leben und Risiken zu leben. Und da habe ich mir die passende Frau zu rausgesucht. Also wir ziehen ja jetzt in zwei Monaten nach Mallorca mit den vier Kindern. Und dass man sich dieses Abenteuer in seinem Leben auch in Partnerschaft behält, das finde ich total wichtig. Hast du mal einen Unterschied, was der Unterschied zwischen einer friedlichen und langweiligen Beziehung ist? Friedlich und langweilig? Vielleicht warst du auch mal an einem Punkt, wo eure Beziehung mal langweilig war oder so und jetzt friedlich ist, aber... Also zumindest mal mit Tanja hatte ich noch nie, wirklich noch nie eine langweilige Zeit. Also es ist eher zu viel, zu wenig. Langeweile im Sinn von Resignation kenne ich, wenn ich an Ex-Beziehungen denke. Langweilig im Sinn von, es geht nicht weiter. Und man hat sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie verständigt und das ist krass frustrierend. Und da ist es ja Lebenszeit, die du in dieser Partnerschaft dann verbringst. Und dies endlich. Und du hast nur dieses eine Leben und du weißt gar nicht, wie lange das ist und damit verbringst du eine Zeit. Das finde ich krass resignierend, frustrierend und in dem Sinne dann langweilig. Ist es aus Bequemlichkeit? Also man könnte ja wahrscheinlich mehr daraus machen. Aus Angst. Wir haben so viele Ängste und ich glaube, und das ist auch das Schöne, das eint uns Menschen ja alle, dass wir diese Zweifel in uns tragen. Jeder und jede. Und ich arbeite auch mit vielen sehr erfolgreichen Menschen zusammen und die auch in der Öffentlichkeit stehen und das eint uns aber alle. Jeder hat bestimmte Ängste und Zweifel in sich. Und das ist wirklich typisch menschlich und das ist das, was uns dann nicht gehen lässt oder was uns nicht bestimmte Risiken eingehen lässt, weil wir Angst vor Trennung, vor Einsamkeit und vor Ablehnung haben. Ich möchte jetzt mal ein Thema ansprechen. Das haben wir noch gar nicht so gehabt. Finde ich aber auch sehr, sehr, sehr spannend. Man hat ja immer so das Craving, gerade nach so einem Breakup wieder zu der Person zurückzuwollen. Also zu etwas, was einem nicht gut tut. Kann man ja so ein bisschen vergleichen mit einem Zigarettenentzug oder so. Auf jeden Fall. Und ich kenne es selber, man checkt immer wieder auf Social Media, was macht die Person, wo ist sie, mit wem ist sie, man interessiert sich so krass und vergisst eigentlich so sein eigenes Leben drumherum. Was sind so deine gesündesten Tipps, die du den Menschen, mit denen du arbeitest, gibst, um wirklich über die Person hinwegzukommen? Ich finde, das Wichtigste, und das hast du vorhin auch gesagt, ist, dass man diesen Schmerz mal zulässt. Es ist total natürlich menschlich, dass man den weiter recherchiert, was macht der, wie geht es dem, dass man dem auch hinterher trauert, dass man diese Cravings hat. Das ist wie eine Sucht und du hast es vorhin, glaube ich, beim Thema toxische Beziehung auch gesagt, dass man wie dieses Gefühl, wenn der weg ist, also man ist ja auch süchtig nach so einem emotionalen Zustand, nach bestimmten Gefühlen, die man dann hat. Das ist tatsächlich eine körperliche Sucht und der auch erstmal zuzustimmen, dass man die hat, dass man die auch leben muss, dass man das Trauerphasen hat, also es gibt sechs Phasen der Trauer, die man bei jedem Verlust durchläuft. Und die letzte Phase in diesem Prozess, also von David Kessler ist der Prozess schön beschrieben mit den sechs Phasen und die sechste Phase ist Sinn geben. Sinn geben, dass man diese Erfahrung, die man gemacht hat, irgendwie tiefer versteht. Und was zu erforderlich ist, ist, dass man seinen Eigenglaubenssätzen auf die Spur kommt, dass man weiß, welchen Preis hat man in der Beziehung gezahlt, aber, und das fällt viel schwieriger, welchen Gewinn hatte ich eigentlich in der Beziehung? Und welcher Gewinn liegt auch da drin, jemandem dauerhaft hinterher zu trauern, der nicht verfügbar ist? Und das ist ja sowas wie trotzdem wieder Sicherheit. Also solange du dem hinterher trauerst, bist du trotzdem besetzt für neue Partnerschaft und der ermöglicht dir eine gewisse Sicherheit. Und dann herauszufinden, wieso brauchst du eigentlich die Sicherheit? Vor was hast du Angst? Und das führt dich dann wieder in die Vergangenheit, führt dich wieder auf deine Glaubenssätze. Dieses Sinn geben ist eine ganz wichtige Phase, um wirklich über eine Partnerschaft hinwegzukommen und nicht nur hinwegzukommen, sondern ihr dann auch dankbar zu sein in einer gewissen Art und Weise. Es ist nur ein Standpunkt, aber du kannst Ex-Beziehungen auch einfach dankbar sein, weil du was Bestimmtes gelernt hast über dich, sodass dir in der Zukunft ein neues Potenzial für dein Leben zur Verfügung steht. Ich muss auch sagen, als ich damals an dem letzten Punkt angekommen bin, ich habe zu Beginn, gerade wenn man irgendwie auch betrogen wird, hast du ja erstmal wie so ein Hass auf die Person. Aber am Ende habe ich ja auch für mich immer mitgenommen, krass, ich habe auch verstanden, warum ich das überhaupt erstmal alles zugelassen habe. Ich habe verstanden, was ich nicht will. Ich finde, so eine Beziehung, die mal nicht so gut läuft, sagt dir genau das, was du auch anders anziehen musst, worauf du vielleicht achten musst. Ich habe auch mir nie darüber irgendwie vorher Gedanken gemacht, was überhaupt eine gesunde Beziehung oder eine gesunde Partnerschaft ist. Was will man überhaupt? Was will man überhaupt anziehen? Und diesen Sinn geben, ich habe den Menschen dann gar nicht mehr als schlechten Menschen gesehen oder sowas, weil beide Seiten haben immer eine eigene Geschichte und einen Grund, warum man so ist, wie man ist und warum man auch so Glaubenssätze hat. Ich muss sagen, ich bin auch immer so dankbar rausgegangen jetzt. Klar, es hat gedauert, aber... Hat es für dich gereicht, zu verstehen, was du willst und was du nicht willst oder musstest du tiefer gehen und überlegen, okay, um ein Beispiel zu geben, du hattest eine Frage über deinen Selbstwert und diese Frage oder dieser Zweifel hat einen bestimmten Ursprung. Musstest du den Ursprung verstehen oder hat es für dich gereicht, zu sagen, okay, diese Partnerschaft hat mir gezeigt, was ich in Partnerschaft nicht will und was ich für Bedürfnisse habe und für dich einstehe? Also erstmal habe ich verstanden, dass ich mich vor allem auf den Heilungsprozess konzentrieren muss und nicht nur auf die Trennung, also heute an dem Tag ist es passiert und meine Welt bricht zusammen, sondern ich habe mir erstmal ganz viel Zeit gegeben, dass ich das auch aufarbeite, weil ich verstanden habe, das geht erstmal nicht in zwei Wochen. Nur weil ein Mensch jetzt weg ist, heißt es nicht, dass ich alle Learnings für mich jetzt schon rausgezogen habe und dann war es bei mir so, mir ist nicht nur bewusst geworden, ja, keine Ahnung, dass ich vielleicht meine Bedürfnisse nicht geäußert habe oder sowas, sondern mir ist bewusst geworden, wirklich was ich habe gesehen, ich habe mir aufgeschrieben auf rationaler Ebene, was wurde mir gegeben, was habe ich gegeben, da habe ich nie einen Nenner gefunden, dass das irgendwie eine gesunde Beziehung sein könnte und danach habe ich mir definiert, was ich überhaupt von einem Partner möchte und das ist auch krass, egal in welcher Ebene, ich habe seit dem Moment, weil ich es auch auf Freunde bezogen habe, ich habe ein komplett anderes Umfeld, was so gesund ist, so supportive, weil ich zum Beispiel bin eine Person, ich gebe sehr gerne, ich übernehme auch gerne irgendwie mal das Ruder und plane immer alles und jetzt ist es egal, in welchem Bereich, immer sehr ausgeglichen, aber weil ich früher nie danach gesucht habe, sondern mich damit abgefunden habe, dass nur ich gebe. Und das habe ich mit der Zeit krass gelernt und das habe ich irgendwie so für mich mit rausgenommen und ich könnte jetzt auch von mir behaupten, dass ich, egal welcher Person ich gegenüber sitze, auch mal eine Person, die mich vielleicht betrogen hat oder nicht so gut behandelt hat, ich könnte der normal gegenüber sitzen und würde jetzt nicht meine Tonlage verstellen, die Person anschreien, der Vorwürfe machen, sondern da ist einfach so Vergebung dahinter, weil ich sehr viel daraus gelernt habe. Und wie kamst du von Anfang an aber auf die Idee, dass Beziehung so ist, dass du mehr gibst? Ich habe meinen Wert damals dadurch definiert. Ich habe meinen Wert durch Geben definiert. Ja. Also immer Ja sagen, okay, dann werde ich gesehen. Das war eher so der Punkt. Weil das ist so ein wichtiges Learning ja für alle, die jetzt auch zuhören. Dieses, ich werde nur geliebt, wenn ich etwas dafür tue. Und erst dann macht die andere Person was. Ja. Und das ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Das, es gibt bedingungslose Liebe und für Nähe gibt es natürlich Dinge zu tun. Aber du wirst auch geliebt, wenn du nichts tust. Und das finde ich aber im Kopf voll schwer auseinander zu dividieren, weil natürlich, wenn du eine Beziehung lebst, musst du dafür was tun. Voll wichtig. Wenn du nichts dafür tust, passiert auch nichts. Aber bedingungslose Liebe ist davon unabhängig. Und wie stehst du dazu, zu dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin zurückzugehen? Also gerade, wenn Sachen wie Betrug, also dass man betrogen worden ist, vorgefallen sind, weil man ja unfassbar krasse Vertrauensängste dann dadurch hat. Man aber dazu sagen muss, dass sich ja Menschen auch verändern, dass jeder seine Learnings draus sieht, so wie ich vor ein paar Jahren war. So will ich heute zum Beispiel auch nicht mehr sein. Ich hatte auch ein paar Verhaltensmuster, die ich nicht gut finde. Trotzdem habe ich ja Leute, die irgendwie, mit denen ich irgendwie wieder zusammen gefunden habe. Wie stehst du dazu? Du hast mich vorhin nach den Redflex gefragt, nämlich kurz gedacht, naja, ist jetzt Betrügen ein Red Flag? Und es ist für mich aber nicht, weil ich tatsächlich in meiner Praxis das erlebe, dass einer den anderen betrügt, sprich eine bestimmte Vereinbarung bricht. Sei das jetzt sexuell betrügen oder sei das irgendeine andere Vereinbarung, die man bezüglich Arbeit oder so trifft. Aber sexueller Betrug ist ja so etwas, was einem sofort einfällt oder fremdverlieben. Und ich das in meiner Praxis einfach kenne, dass man da als Paar, wenn man zusammenbleiben möchte, rauskommt. Und es geht, wenn beide mitmachen, wenn beide ihren Anteil verstehen wollen. Natürlich ist immer derjenige, der eine Vereinbarung gebrochen hat, der Erste, der verstehen muss, was es mit ihm zu tun hat und was ihn das hat machen lassen. Und nicht nur reuig ist und sagt, es tut mir so leid, sondern wirklich versteht, was hat ihn da gelebt. Denn du kannst ja sagen, in der Partnerschaft, vielleicht willst du irgendwas anderes ausleben, dann kannst du das mit deiner Partnerin besprechen, ohne dass du betrügst. Du kannst ja offen darüber sprechen, warum das nicht tun und was in deiner Biografie, was in deinen Glaubenssätzen wirkt, dass du das getan hast. Und wenn man aber als Paar dann zusammenbleiben will, dann ist es auch an der anderen Seite anzuerkennen, was in dem Fall jetzt, wenn man es mag, irgendwie nimmt, er betrügt und sie ist die Betrogene, was ihr Anteil daran ist, dass dieser Vertrauensbruch stattfindet. So, welches Gefühl war bei ihr präsent? Woher kennt sie das Gefühl? An welche Situation ihrer Kindheit wird sie erinnert? In was besteht sich das über Männer? Also da kann ganz viel natürlich passieren und es gibt viele Szenarien, aber man kann als Paar zusammenbleiben, wenn Betrug oder Fremdverlieben stattgefunden hat und man kann natürlich nicht die alte Beziehung wiederführen, so wie du es gesagt hast, sondern man erfindet sich als Paar neu und lebt eine komplett neue Beziehung. Also die alte Beziehung ist zu Ende und man schaut dann, ob man eine neue Beziehung zusammenleben will und ich habe aber Beispiele aus der Praxis, wo das ganz großartig geklappt hat und wo die beiden eine ganz neue Dimension leben, wo aber beide mitmachen wollen, müssen für. Klar, also dass man das macht, ist grundsätzlich nichts, was wir jetzt hier befürworten können, aber ich finde Änderungen nach so einer Aktion, wenn das der Auslöser war, warum du, keine Ahnung, ganz viel in deinem Leben verändert hast, dann kann man das ja erstmal auch gar nicht primär schlecht sehen, man muss ja vielleicht nicht wieder zurückgehen, aber ich finde es schon gut, dass Menschen sich auch danach, dass das ein Auslöser war, warum die sich vielleicht so krass verändern dann und auch Einsicht zeigen. Und Vergebung ist da ja ein wichtiges Wort, was vielleicht auch nochmal lohnenswert ist, das kurz zu besprechen. Vergebung heißt ja auch nicht, dass man irgendwas gut finden muss, was in der Vergangenheit passiert ist. Also wenn man jetzt über einen Betrug spricht und sich dann trennt, weil der Partner einfach ein egoistisches, ich nenne es mal beim Namen, egoistisches Arschloch ist, man trennt sich von dem, dann heißt vergeben nicht, dass man das gut findet, dass der einen betrogen hat, sondern vergeben heißt, dass man heilt, dass man die Schmerzen gefühlt hat und dass ein dieser Vorwurf aber nicht mehr lebt. Also dass man dann nicht sagt, okay, ich werde nie wieder Partnerschaft leben, sondern Vergebung heißt dann, das anzunehmen, den Heilungsprozess anzutreten und zu sagen, okay, ich bin dir trotzdem irgendwie dankbar für die Erfahrung und ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Aber wie kann man dann wieder vertrauen? Indem man den tieferen Sinn verstanden hat, warum man eine Erfahrung von Vertrauensverlust, Kontrollverlust haben wollte. Das führt einfach immer in die tiefsten Glaubenssätze. Also man kann entweder über den Gedanken gehen oder man kann auch über das Gefühl gehen. Wie fühlst du dich in dem Moment, als du erfahren hast, dass dein Vertrauen missbraucht worden ist? Und dann gehst du das Gefühl und aktivierst sozusagen die körperliche Erinnerung. Woher kennst du dieses Gefühl? Also du kannst dich dann die Frage stellen, wenn das zum Beispiel so ein Gefühl von Ohnmacht ist. Wo sitzt die Ohnmacht im Körper? Welche Farbe hat die Ohnmacht? Welche Oberfläche? Welche Temperatur hat die Ohnmacht? Und das Krasse, was dann passiert ist, da kommt dann oft ein Bild aus der Kindheit. Eine Erfahrung. Oder vielleicht möchte die Ohnmacht dir irgendwas sagen, dann kommt eine Mitteilung. Und du wirst immer eine Brücke zu deiner Vergangenheit finden. Und ich glaube, das können wir nie unterschätzen, dass unser Unterbewusstsein viel mächtiger ist, als wir glauben. Und dass viel mehr Entscheidungen auch von unserem Unterbewusstsein geprägt sind, als wir das als rational denkende Wesen, die wir gerne sein wollen, so glauben. Und wenn du diesen Sinn verstehst, warum du also betrogen worden bist, dann kannst du auch wieder vertrauen. Weil du weißt, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe verstanden, wozu ich sie gebraucht habe, ich habe etwas daraus gelernt. Dann kannst du dich wieder als Gestalter deines Lebens erfahren, kannst du auch wieder vertrauen. viel tiefer als früher vielleicht, weil du auch erfahren hast, okay, du kannst auch so eine Krise überleben und nicht nur überleben, sondern gestärkt daraus hervorgehen. Ja, aber ich finde es krass, weil es ist ja kein schönes Gefühl, wenn man irgendwie in Vertrauen bricht. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man trotzdem dann noch sein wahres Ich zeigen kann? Weil vielen fällt es ja, glaube ich, auch sehr schwer, in der Beziehung so zu sein, wie sie wirklich sind. Ich erinnere mich da nur sehr gut an mich früher. Also ich habe keine Bedürfnisse geäußert oder sowas, sondern ich war schon sehr darauf getrimmt, immer irgendwie zu gefallen. Wie schafft man es denn, egal ob man jetzt grundsätzlich mit diesem Vertrauensbruch schon mal umgehen musste oder auch nicht jemand Neues kennenlernt, wie schafft man es denn, überhaupt sein wahres Ich rauszulassen, weil man vielleicht die Angst vor Ablehnung hat? Wie hast du es denn geschafft? Ja, ich habe auf jeden Fall meinen Wert erkannt. Also bei mir war es tatsächlich so, das klingt jetzt natürlich sehr leicht, das war auch ein sehr langer Prozess, aber Schlussfolgerung kann ich sagen, ich habe mich sehr, sehr viel mit mir und meinen Glaubenssätzen auseinandergesetzt und habe jetzt den Glaubenssatz, dass so wie ich bin, bin ich genug und wer das sieht, der kann auch in mein Leben kommen, aber wer das nicht sieht, da ist es auch nicht schlimm, wenn er da halt nicht bleibt. Das war so das, was ich eigentlich für mich mit rausgezogen habe. Ja, voll gut, weil du ja auch keinen Einfluss drauf hast, was andere über dich denken. Ja, wir haben ja alle, das finde ich auch so krass, ich glaube, wir haben drei Gesichter, ich habe das letztens irgendwo gehört, wir haben einmal das Gesicht, was wir der Welt zeigen, einmal das Gesicht, was so Familie und Freunde kennen und dann einmal nur das Gesicht, was nur wir kennen. Ist auch so krass, weil meine Familie sieht mich ja vielleicht auch ganz anders, als ich mich sehe. aber das zu beschreiben ist ja auch sehr schwer. Total. Aber ich finde das so faszinierend. Was für mich eine schöne Erfahrung war, wir haben ja gemeinsam letztes Jahr das Buch geschrieben, das ich und du, meine Frau und ich zusammen. Übrigens kann ich sehr empfehlen, ich verlinke es euch mal, Bestseller geworden. Bestseller geworden. Ich finde das Buch grandios. Vielen Dank. Konnte so viel mitnehmen, auch nicht nur jetzt auf Beziehungsebene oder sowas, dass man da irgendwie die richtige Person findet, sondern ganz viel über die eigene Persönlichkeit lernt man da. Das finde ich super spannend. Wir wollten das schon seit vielen Jahren schreiben und dann haben wir es gemacht mit vier Kindern parallel, weil es uns so wichtig war. Wir können rückblickend nicht sagen, wer welche Passage in dem Buch geschrieben hat. Also es steckt auch sehr, sehr viel Persönliches drin, weil wir versuchen, die Art und Weise, wie man mit Glaubenssätzen umgeht, wie man die auflöst, wie man das transformiert, wie Vergebung funktioniert, wie man mit Verlust umgehen kann, versuchen wir in unseren eigenen Geschichten darzustellen. Wir sind also immer gegenseitig über die Kapitel drüber gegangen. Einer hat was geschrieben, dann hat es der andere ergänzt, es ist über den Text drüber gegangen und es sind sehr, sehr persönliche Passagen über den Selbstmord von Tanjas Vater oder die Leukämie-Krankheit ihrer Mutter, über die Trennung meiner Eltern und so weiter. Und wir kennen uns aber so gut, dass wir die persönlichsten Texte voneinander wieder redigieren konnten oder ändern konnten. Und das muss ich sagen, finde ich schon, weil du es mit den Gesichtern nennst, mir ist es wichtig in Partnerschaft, dass man sich so auf so einer Ebene auch versteht und ich finde es voll schön, einen anderen Menschen so kennenzulernen. Also ich finde, wenn es eine Sache gibt in diesem Leben, die ich erfahren will, dann wirklich einen Menschen irgendwie versuchen zu verstehen. Ich werde sie sowieso nie verstehen und das ist ja das Schöne an meiner Arbeit als Beziehungscoach, dass man Menschen auf so einer ganz tiefen Ebene erleben kann und kennenlernen kann und das finde ich so schön. Und dass man dieses Gesicht, auch wenn ein Teil immer verborgen bleibt, weil man sich ja nie 100% offenbaren kann und nie den anderen 100% verstehen kann, aber der Versuch, den finde ich sehr, sehr schön. So ein blindes Vertrauen auch irgendwie, dass man Menschen irgendwie blind kennt. Ja. Oder wie ist das Sprichwort? Doch, irgendwie sowas. Es gibt doch irgendwie so ein, es gibt ein Sprichwort. Also ich finde, das Sprichwort schaust du nach, ich bin voll schlechten Sprichwörter. Ja, ich auch. Aber so im Flow sein. Ich habe es irgendwie in meinem Kopf, keine Ahnung, ob es überhaupt stimmt. Beschreib es in die Shownotes. Genau, einander gut zu kennen und kennenzulernen, ich finde das ist voll schön, auch in der heutigen Welt. Man kann dann irgendwie schon für die andere Person antworten und weiß ganz genau, dass die Person es so unterschreiben kann. Ja. Das habe ich zum Beispiel bei meiner Mama. Mama und ich, wir sind so ähnlich. Geil. Wie Zwillinge. Das ist manchmal komisch. Auch wenn du, das finde ich auch so kurios, wenn du mit Menschen, sehr viel Zeit verbringst, dann sagst du ja auch im gleichen Moment den gleichen Satz oder hast den gleichen Gedanken, weil du so viel Zeit mit denen verbringst und das finde ich einfach, finde ich so krass, weil ab und zu sage ich so Sätze oder Wörter, die jetzt nicht so üblich sind und dann sagt die Person neben mir, ob es mir jetzt meine Mom ist oder jemand anderes, eine Freundin, wir sagen einfach immer das Gleiche. Auch so 20 Mal am Tag. Voll schön. Und in Partnerschaft finde ich es dann wiederum wichtig, weil man ab und zu einen kleinen Streit hat, dass man sich auch wieder als unterschiedlich wahrnimmt. Ja. Muss man nicht. Ich beruhige dich. Man muss nicht streiten. Muss nicht. Ich finde es auch gut, wenn ich dabei bleibe, dass ich mich ordentlich hinsetze und eine gute Kommunikation habe. Finde ich gut. Ja. Und ich möchte nochmal auf ein Thema zurückkommen. Wir leben ja in einer Welt, wo wir immer denken, dass es, oder wo viele denken, dass es ja auch irgendwie immer was Besseres gibt. Und deswegen wollen wir uns oft auch nicht binden. Viele haben da Probleme mit. Und vor allem jetzt gerade so die junge Generation, was ich so gelesen habe, ich hatte auch einen Fragensticker mal zu dem Thema. Und da war es wirklich so, ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl dauerhaft, dass es was Besseres gibt. Und deswegen kann ich mich nicht binden. Weißt du, woran das liegt? Auf jeden Fall ist unsere Welt mal flexibler geworden. Also auch beruflich. Wer macht schon seinen Beruf bis zu seinem Lebensende, macht eine Ausbildung und bleibt dann im gleichen Unternehmen, bis er stirbt. Das ist ja schon ein Gedanke, der für uns voll fremd ist. Und die nächste Etappe ist dann, dass man sagt, okay, warum muss man eigentlich mit einem Partner sein Leben lang zusammenbleiben? Das ist ja auch kein Muss. Also ich finde, Beziehungen können ja total frei gedacht werden. Und heute hast du halt irgendwie sequenziell mehrere Partner in deinem Leben, was ich auch voll okay finde. Und dass du gar nicht denkst, okay, ich muss mit einem Partner mein ganzes Leben verbringen. Also ich finde es schön und ich möchte es so machen, aber das muss ja keiner. Kannst du auch sagen, für bestimmte Lebensphasen hast du andere Partner in deinem Leben. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man sich auf den Menschen 100 Prozent einlässt. Und das kannst du auch machen, wenn du grundsätzlich glaubst, du lebst in eine bestimmte Lebensphase mit demjenigen zusammen. Aber ich glaube, Commitment, Verbindlichkeit, all das brauchst du, um Nähe zu leben, aber es brauchst du auch, um erfolgreich zu sein. Also wenn du es aufs Business überträgst, du wirst nie erfolgreich sein, wenn du dich nicht 100 Prozent für was Commit ist und verbindlich bist für diese berufliche Mission, auf der du bist. Und das kannst du genauso gut auf Beziehungen übertragen. Das heißt nicht, dass du einen Job dein ganzes Leben machen musst, auch wenn es dazu führen kann, wenn du lange etwas machst, dass du besonders gut in dem bist und es ein hohes Maß von Verbindlichkeit ist, aber es ist nicht zwangsläufig erforderlich, aber du kannst es halt von beruflich genauso auf das partnerschaftlich übertragen. Also ich finde Verbindlichkeit und Commitment einfach wichtig. Also wenn man sich schon ein bisschen drauf einlässt, dann versuchen es auch ganz zu machen. Weil es ist ja so... Also mal die Kehrseite davon, sich nicht einzulassen, ist ja so ein gesunder Egoismus. Ich will machen, was ich will. Und das ist dein gutes Recht. Also keiner muss sich auf Beziehungen einlassen. Aber ich finde wirklich, dass man sich irgendwie den Preis davon bewusst macht. Also ich finde, wenn du dich auf Beziehungen einlässt, dann musst du kompromissbereit sein. Und kompromissbereit sein meine ich nicht. Man muss auf was verzichten. Aber man muss bereit sein, sich auf die Sichtweise des Anderen einzulassen, gemeinsam zu wachsen. Aber keiner muss Beziehungen leben. Aber der Preis ist eine bestimmte Form von Nähe, wird dir nie möglich sein. Das lese ich auch so oft. Immer die Frage, warum stehen Frauen eher auf Bad Boys? Hast du dazu eine Antwort? Du bist die Frau, was willst du sagen? Nee, das ist ja eher so ein bisschen das, was ich gerade meinte mit sind ja meistens dann die, wo man vielleicht nicht so lange bleibt. Ja, also man ist ja dann auch schnell jetzt so bei der Frage, was ist eigentlich ein richtiger Mann? Also was ist ein Bad Boy? Jeder hat ja mehrere selbst in sich. Also man hat ja auch den Bad Boy in sich. Aber was ist eigentlich ein starker Mann? Oder ein richtiger Mann? Die Frage ist ja auch wichtig zu stellen. Habe ich lange mit mir gehadert? Was ist eigentlich ein Mann? Für mich ist Männlichkeit, einer Vision zu dienen, die größer ist als ich selbst. Also ich finde, wenn ich jetzt nur meiner eigenen Vision diene, dann ist das so ein Ego-Ding. Letztlich toxische Männlichkeit. Ich will meinen Status erhöhen, ich will mehr Geld verdienen, was auch immer. Aber eine Vision zu dienen, die größer ist als ich und die vielleicht mit einem anderen Menschen gemeinsam erschaffen worden ist, das ist für mich Männlichkeit, dieser Vision zu dienen. Weil das hat irgendwie was Edeles, das hat was Ritterliches, das hat was Tuendes, also dass man was erschafft, das ist für mich männlich sein. Und Bad Boy inkludiere ich da drin, weil ich finde irgendwie, um eine Vision zu realisieren, muss man auch manchmal Widerstände durchbrechen und das ist für mich dann sozusagen Bad Boy. Also mal nicht nach den Regie spielen, weil man für die große Vision geht. Findest du schön, wie du die gesellschaftlichen neuen Begriffe immer so schön umwandelst? Danke. Auf dieses ganze Toxisch und Red-Green-Flags. Ich will ja auch ein Bad Boy sein. Was ist das Äquivalent zum Bad Boy? Wie die vote Frau eigentlich? Du, ich bin nicht der Beziehungscoach. Aber das sind ja diese Stereotypen. Und das Krasse ist ja, dass man in Sexualität, das ist ja wie eine eigene Welt. Und so wie man Beziehungen lebt, ist das ein, also Beziehungen hat viel mit Macht auch zu tun. Und wenn man über Bad Boys redet, dann geht es ja auch um ein bestimmtes Bild, wie man Männer erleben will. Und das Krasse ist, dass man in Sexualität den Partner oft auch anders erleben kann, als man es in der normal alltäglichen Beziehung lebt. Das finde ich auch spannend. Das heißt, du kannst deinen Partner dann, wenn du den als Bad Boy erleben willst, kannst du den auch sexuell zum Beispiel als Bad Boy erleben und kannst aber trotzdem gleichberechtigten Partner haben, der sich mehr um die Kinder kümmert als du beispielsweise als Frau. Und das ist die Kunst, diese ganzen Bilder zusammenzukriegen, dass man Partnerschaft dann frei lebt. Und wenn du einen Vorwurf an deinen Vater hast und damit an das Männliche an sich, dann beraubst du dich dieser Freiheit, dann kannst du sie nicht leben. Und gibt es auch einen Grund, warum viele oft auf das Leben und vielleicht auch auf das Materielle von einem Mann oder sowas gucken und darauf mehr Wert legen? Ja, ist ja schrecklich. Es gibt ja so Studien, dass Frauen immer erfolgreiche Männer heiraten, die a älter sind und b mehr verdienen, was ja dann dazu führt, dass die ärmsten Männer und die reichsten Frauen jeweils alleine bleiben, was ja statistisch auch so ist. Das scheint in uns irgendwie angelegt zu sein. Wann auch immer das konditioniert oder angelegt worden ist, aber ich finde, es ist voll die wichtige Aufgabe für uns, die wir darüber bewusst sind, das nicht mehr zu machen. Weil in dem Moment, wo du als Frau einen Mann heiratest, der mehr Geld verdient und älter ist, hast du ja auch jemanden, der dann weiter in der Erwerbsbiografie ist. Und wenn ihr Kinder kriegt, ist es dann oft so, dass dann die Frau zu Hause bleibt, weil sie weniger verdient. Und das führt dann immer nur zu noch mehr Verstärkung dieses patriarchalen Systems. Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkam. Aber es steckt irgendwie in uns. Aber ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, dass ich persönlich für mich das als Frau auch ausleben kann, so Karriere zu machen. Super wichtig. Finde ich auf jeden Fall wichtig. Weil ich immer tatsächlich sonst ein Gefühl von finanzieller Abhängigkeit habe. Das möchte ich für mich persönlich nicht, weil man weiß ja wirklich auch nie, was passiert. Absolut. Und ich will halt tatsächlich dann nicht mit nichts dastehen. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie nicht geheiratet hat oder was weiß ich. Wir hatten das Thema gerade mit Ehevertrag und so. Ich will jetzt aber nicht noch dieses Fass hier aufmachen. Nee, aber es ist so absolut, wie du sagst. Und ich finde, derjenige, der mehr Care-Arbeit leistet, also insbesondere, wenn Kinder dazukommen, es führt auch irgendwie dazu, dass man sich selbst so ein bisschen aufgibt auf ganz natürliche Weise, weil du kümmerst dich die ganze Zeit um die Bedürfnisse von deinen Kindern. Es führt dazu, dass dein eigenes Ego immer kleiner wird. Und wenn du dann auch noch finanziell abhängig bist, ist das eine absolute Verlierersituation. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass das irgendwie kompensiert wird, diese mehr, das mehr an Care-Arbeit, was da geleistet wird von Frauen. In der Partnerschaft, aber auch gesellschaftlich. Und dieser Blick, das war ja auch deine Frage, auf das Materielle gucken, das ist unsere Gesellschaft, wir leben in den Kapitalismus, der hat uns viel ermöglicht. Aber ich finde, es gibt ja diesen Wohlfahrtsindex als Alternative zum Bruttoinlandsprodukt, wo irgendwie beschrieben wird, dass unser Wohlstand eigentlich rückläufig ist, wenn man Wohlstand nicht nur finanziell bemisst, sondern so an der Qualität unserer Beziehung beispielsweise. Und vielleicht auch einen schönen Abschluss, dass man sagt, Beziehung in den Fokus rücken, lohnt sich total, kostet erstmal kein Geld, es verbraucht auch kein CO2 und es macht mehr Freude. Schön, aber ich habe noch eine abschließende Frage für dich. Und zwar wurde ich gefragt, wenn du den Zuhörern und Zuhörerinnen eine Sache in Bezug auf die Liebe ans Herz legen kannst, was wäre es? Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, dass die Liebe unabhängig von dem ist, was du leistest. Das finde ich so wichtig, dass du für das geliebt wirst, wer du bist, dass Beziehung leben natürlich auch heißt, dass du für die Beziehung etwas tust und dass ihr beide dafür etwas tust. Aber dass du geliebt wirst für das, wer du bist und nicht für das, was du tust. Also kennt auch immer alle euren Wert. Mann und Frau, alle, die hier zuhören. Ja, betrifft jeden gleichermaßen. Schöner Abschluss und wirklich eine schöne Folge. Total, das hätten wir noch eine Stunde weiter sitzen können. Vielen Dank für die tollen Fragen. Ich freue mich über Feedback und vielleicht nehmen wir noch mal eine zweite Folge auf. Gerne. Vielleicht holen wir Tanja auch mal mit dazu. Also ich wäre sehr interessiert noch mal an eurer Geschichte. Gerade 13 Jahre, viele Ups und Downs, sich dafür zu entscheiden, da wirklich auch dran zu bleiben, dafür zu kämpfen. Mit vier Söhnen. Oh, vier Söhne. Ja. Oft hört man ja, man hat irgendwie drei Mädels zu Hause, aber, ach schön. Vier Söhne, wenn ihr mehr hören wollt, Podcast, das neue Wir, heißt es bei uns und auf unserer Website. Schaut gerne mal vorbei. Und das Buch verlinken wir auch. Falls ihr irgendwie ein bisschen mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr da noch mal ein bisschen tiefer graben. Gibt es auch als Hörbuch. Wir haben das selber eingesprochen. Das hat auch viel Freude gemacht. Das Buch nochmal selber lesen. Ach, schön. Das ist auch cool geworden. Ja. Im Duett. Ich werde alles verlinken und ich hoffe, die Folge hat euch eingefallen und lasst uns bitte Feedback da. Ich bin so gespannt und falls ihr weitere Fragen an Christian, jetzt wird es wieder ernst. Hatte ich, Chris. Falls ihr da noch Fragen habt, dann meldet euch, schreibt uns und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle bei der nächsten Folge und ich danke dir von Herzen, dass du heute da warst. Herzlichen Dank dir. Tolle Folge. Alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao.